Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ein planetarer Handlungsaufruf. Gut möglich, dass da niemand draußen was mit einer völkermordenden Selbstmordspezies für uns zu tun haben will. Ich grüße Sie, Security-Kollegen. Hoffentlich klappt das auch. Es ist alles in Ordnung. Mit dem Kran? Das ist echt ne geile Idee. So, jetzt muss ich mit dem Kleinen hier... Mache ich hier vorher aber zu. Sorry Kumpel, diese Operation erfordert Hände. Deine Hände. Ach ne, da unten kann ich ja nicht. Obwohl... Ich weiß ja nicht, was da unten... ...verursacht ja nicht viel. So. So. Oh, ich bin drinne. Sehr gut. Wo bewandt ihr die Motherboards auf? Alles gut, kriege ich hin. Mhm. Mhm. Haben wir es? Installiere das. Okay, Kleiner. Platziere meinen magischen Non-Clipper-Chip in der Rakete und... Ding! Fritten sind gar. Die Drohne wird das Board nicht halten können. Mist. Hätten wir doch jemand mit funktionierten Händen da. Touché. Hallo. Setze meine Patrouille fort. Hey Mann! Ich führe Routinepflichten aus. Es ist alles in Ordnung. Ich grüße Sie, Security Kollegen. Hey, was gibt's? Hallo. Sitze meine Patrouille sofort. Status alles sicher. Alle Systeme laufen normal. Und jetzt fahren wir weiter, weiter, weiter. Ich bin die ganze Zeit so ruhig, tut mir leid. Ich bin schon voll drin hier. Weißt du, mein Dad hat mich mit ins Luft- und Raumfahrtmuseum genommen, als ich 10 war. Das war nichts im Vergleich zu dem hier. Raketen und Dinosaurier, Mann. Dafür ist man nie zu alt. Und da sind wir. Oh, bitte! Jetzt kommt nicht irgendetwas Blödes wieder dazwischen. Wie schön, dass sich das dann immer in den Arsch steckt, anstatt in die Tasche, ne? Äh, was jetzt? Und wie komm ich jetzt hier weg? Ah. Gut, 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 gut. So was habe ich noch nie gesehen. Schon gut. Raus, 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 raus. Ich leide mir mal eben den hier. Und so, Kinder, verwandt man einen Satelliten. Hier wartet ein ganzer Sack Kekse auf euch. Es dauert noch ein Weilchen, bis die Rakete startbereit ist. Wir rufen dich, wenn's soweit ist. Bis dahin, kauf dir doch was Hübsches. Oder nicht? Ah, ist mir egal, was du machst. PS, es gibt keine Kekse. Oh, was ist denn hier? Hupsala. Was habe ich denn hier entdeckt? Oh. 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 Got it. Wie lange muss ich jetzt warten? Das war mir klar, ich habe nicht genug Fahrt aufgenommen. Boah, das macht voll Spaß. Was ist das denn? Das kann ich nicht. Jetzt ist er weg. Ach, schade. Na, jetzt macht Spaß beiseite hier. Wann geht es weiter? Was soll ich jetzt in der Zeit machen? Toll. Was soll ich denn jetzt in der Zeit machen? Hm. Ja, dann... Huh. Wieso wird denn gerade... Ja hier, dann mache ich solange sowas halt. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt warten muss so lange. Den Kunden abholen. Oder muss ich die Nebendinger erst weg machen hier? Ich kann mir nicht vorstellen, das sind ja Nebenaufgaben. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich mache das jetzt eben und dann werde ich da warten einfach. Ja. Ich mache das jetzt schon wieder auf. Ich mache das jetzt schon noch. Ich mache das jetzt. Na, dann. Ich mache das jetzt jetzt mal. Ich mache das jetzt nochmals auf. Wichtig. Leben in der Großstadt Du hast du fahren gelernt Hey, Geländefahrt, oder? Wenn's nötig ist Da ist sie! Folgen Sie der Drohne! Hä? Ich verfolge eine Überwachungsdrohne Und zwar nicht so ein harmloses Spielzeug Ich beobachte sie schon seit Wochen Sie fliegt ein komplexes Suchmuster Ich seh keine Drohne Glauben Sie, sie hat ein spezielles Ziel? Ganz Silicon Valley! Und? Orte in ganz San Francisco Ist es die Regierung? Ich konnte das Übertragungssignal nur einmal verfolgen Bevor es gestört wurde Und das Signal war in der Nähe eines Datensilos Im Besitz von Bloom Sie halten mich für irre Nein, eigentlich nicht Und glauben Sie, die Drohnsache ist Teil von Blooms F&E Abteilung? Absolut Das Ding hört uns nicht nur ab Es kann auch senden Was sendet es denn? Das ist es, ja Ohne ausreichend Daten von dem Ding Finden wir das nie raus Ohala Blooms Forschungslabor ist super geheim und streng bewacht Und ich meine radikal bewacht Selbst die Regierung würde da gerne mal reinschauen Wo, 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 wo Muss ich das Taxi wechseln? Wo, 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 wo Voll den falschen Wagen dafür Oh Gott, das geht so schief Es ist einfacher gesagt als getan Oh Gott, nein Oh verdammt Hey Mann, Augen auf die Straße Aha, sie ist abgestürzt, das ist meine Chance Bringen Sie mich zur Absturzstelle Einsternbewertung Nie wieder Ja, ist nicht schlimm Mies gefahren, ich habe meinen Ping verpasst Was? Hast du den Ping? Ich gehe jetzt zurück zum Hauptdingens her Das ist mir zu blöde Ach guck mal, jetzt können wir eine Schnellreise zum Hackerspace machen Das ist ja geil Dann wird auch mal Zeit Das Hackerspace ist neu Wo sind wir denn hier? Das sind fremde Leute? Krass, was für miese Verschlüsselungen die Leute benutzen Dann ruhe ich mich mal aus Ah Marcus, die Rakete wird startbereit gemacht Yeah Schwing deinen Arsch hierher Abschussparty Äh, da Der Mann der Stunde Komm mit, Wesley Crusher Zeit für den Start Oh Mann, bitte Ich bin ganz klar, Sisko Jake Sisko Captain Sisko Es sind nur noch ein paar Minuten Dann haben wir Bloom in der Tasche Wir werden die dermaßen in den Arsch ficken T- 20 19 18 17,95 Querts, Googleplex Ich stelle mir gerade vor Was ich von dem riesigen Datenhaufen Einständer und Dünnschiss kriege In derselben verdammten Sekunde Drei 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 Eins Lift Drei 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 Klasse Hm Oh Gott Seht euch das an Was für ein Blick hier oben Zeit Bloom die Scheiße aus dem Leib zu prügeln Blooms Netzwerk ist sogar noch globaler als wir dachten Selbst in so ein komplexes Netz muss man reinkommen Irgendwo Ich kriege ein paar Zugangspunkte Ein paar dieser Datenhubs haben auch Schwachstellen Fantastisch, dann los Die muss ich jetzt suchen oder was Dubai Seht euch die Technik an Wrench Sabere ich? Tut mir leid, ich höre dich nicht Ich sabbere selbst zu laut Kennst du dich mit diesen Servern aus, Joshua? Ich glaube, die verstehen mich Der erste Der zweite Dritte Und Nummer vier Und Nummer fünf Verbindung unterbrochen Was soll ich das machen? Josh, du hast es definitiv drauf Äh, danke, Ray Okay Seol Seol Kraftwerk Oh, wir sind in Korea Blumen Büros sind in Yongsan Machen wir mal Musik Problem SML Gateway mit adaptivem Schutz Da führt kein Weg durch Selbst wenn ich Monate hätte Es würde nichts bringen Nein Es gibt immer einen Weg Hey, was passiert mit Datenzentren während eines Stromausfalls? Na, ihre USV setzt ein Und was, wenn die auch aussetzt? Die Firewall wäre aus Wir wären Delaware einen Schritt näher Mensch, das ist brillant Das solltest du machen Lustig, dass du das sagst, Sitara Was? Was? Ja Ja Hä, komm, Stromnetz zu verhindern Ja, aber geht nicht Äh, ich mach das jetzt alles gerade die ganze Zeit Aber irgendwie funktioniert das trotzdem nicht Äh, wie stärkt wie über das Stromnetz? Ja, aber wo ist das denn? Ich komme hier nicht weg Ich sehe hier kein Stromnetz Oh, mein Gott Sorry, Leute Es funktioniert einfach nicht Ich komme hier nicht durch Ich komme hier nicht durch Ich komme hier auch nicht mehr raus Aus der Sache Ja, ich nehme hier nicht zu, ich habe herausgeholt Die Ah, jetzt habe ich es verstanden. Da oben auf dem Bildschirm, alles was blau war, musst du rot. Jetzt habe ich das verstanden. Seine letzten Worte, wir sind im Arsch. Ja. Wo könnte denn der nächste sein? Ein Blumenbüro. Willkommen in Dublin, Irland, Jungs. Oh, ich dachte, das wäre Dublin, Ohio. Sehen wir uns mal um. Fühlen wir uns wie zu Hause. Okay, da kommen wir nie rein. Oh. Chat, Merci, danke für die Geburtstagsfeier. Ich kann die gute Frau nicht hacken. Jetzt piept was, jetzt wird sie bestimmt rausgelockt. Okay. Aha, ich bin drinne. Passwörter und alles gekriegt. Hey, wir kommen nach Delaware. Was? Er hat recht, da. Wir haben Zugriff auf Delaware. Holen wir uns, was wir wollten. Echt verdammt, spektakulär. Holen wir sie uns. Ab nach Delaware. Delaware? Richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. So, wo sind wir denn hier? Blooms gesamte Metadaten gehören bald uns. Das ist der Jackpot. Du schaffst das. Mit Drohne? Oh fuck. Wow. Oh shit. Seht euch das Riesending an. Leute, das kriegen wir hin. Oder? Ich muss die Drohne erstmal. Wie geil bitte, ey, wie groß und so und alles. Oh nein. Leck mich doch. Mann, wir haben das Teil echt abgeregelt. Ach, leck mich doch, ey. Nein. Leck mich doch. Oh mein Gott. Mein Gott. im ernst leute muss das jetzt wirklich sein könnt ihr euch vielleicht ins knie ficken oder so ach man das ist gar nicht mal so einfach ich habe mich gerade in kurz verwirrt nach nach auch mein gott mein gott man sie ich bin gerade wieder etwas so rum genau da ist auch habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich und jetzt bist du dran ich werde den typen ein kleines andenken hinterlassen marcus was hast du vor ist eine überraschung was noch nicht hat funktioniert warte kurz siehst du was ich gemacht habe echt krass bro da dieses zeichen da diesen toten kopf also diesen sensenmann haben ha 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 marcus du beklopter penner ok 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 leute leute da das dauert ewig das durchzuackern konzentrieren wir uns auf den zweck der satelliten ray ja ich bin schon an der arbeit heilige mutter gottes es ist ein backbone ein satelliten backbone was ist mit der latenz die sind niemals so schnell wie glasfaserkabel wenn ich das richtig verstehe dann doch bloom hat es geschafft die umgehen die unterseekabel mit satelliten ein technologischer quantensprung ich meine wenn das geht brauchen hacker jahre um daran zu kommen nein wir nicht wir sind schon drin wer steht auf blooms kundenliste wir haben noodle wir haben invite wir haben titus wir haben galilee wir haben die die regierung die new yorker aktienbörse moment die ganzen unternehmen haben einfach zugestimmt dass alle ihre daten über bloom laufen finde das noch jemand verdächtig so viele daten und bloom hat zugriff das ist das mächtigste monopol der welt können wir das ding sprengen nein nein selbst wenn wir könnten wir brauchen noch antworten hey hört man alle zu mann unsere arbeit ist doch lange nicht vorbei aber mit dieser aktion sind wir schon mal im spiel also wählt ein ziel im weit tidus ganz egal fangt an zu graben und sucht nach zeug das hier eigentlich nicht machen dürften du shan will uns als feind hinstellen zeigen wir ihm was ein krieg gegen uns wirklich bedeutet ja ja hey was geht du weißt was geht ich weiß genau was du vorhast und du benutzt marcus als deine persönliche waffe gegen bloom scheiße was soll das denn jetzt ich weiß von raymond kenny und seinen kollateralschäden wir benutzen uns hier gegenseitig das war immer der deal zu terror marcus ist ein großer junge er kann selbst auf sich aufpassen mhm klar schräg sie hat einfach nur angst um ihn ich kann sie verstehen dopo nach 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 notified dos in nach 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 grab Demokratie, dass eure Stimme zählt. Unternehmen kaufen jetzt Politiker und manipulieren Wahlen. Glaubt ihr an die Macht des freien Marktes? Die Börse ist nur ein Puppentheater für die Reichen. Euer Geld wird kontrolliert von Leuten, die ihr nicht kennt. Glaubt ihr, dass die Regierung euch schützt? Die Landesverteidigung schützt jetzt die Regierung vor euch. Glaubt uns nicht einfach so. Seid beim Start unserer bisher größten Operation dabei und seht es selbst. Die Grundpfeiler der US-Politik haben uns verraten. Die Demokratie, der freie Markt, die Landesverteidigung. Der ZEG zeigt euch die Wahrheit. Tut was ihr wollt. Wie viel habe ich? Oh, 26. Wir können wieder aufrüsten. Bootnet-Upgrade finde ich ganz gut. Und das einmal bitte. Okay, das kriege ich alles nicht mehr. Heli. Nee, dann machen wir mal hier. Nehmen wir das noch dazu. Und das noch. Markus, Josh zieht gerade seine Bahn durch die Galilei-Daten und er möchte dir was zeigen. Cool. Wie groß ist diese Sache? Komm zurück, sobald du kannst. Das hier könnte riesig sein. Kommt noch was? Okay, meine Lieben, ich möchte mich dann jetzt erstmal verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay. Okay.